Wir wissen wie der Hase läuft, also machen wir das auch easy-peasy. Kann es explodieren, stört niemanden. Also ich habe hier bei diesem Gang so eine Vorahnung, was passieren könnte, was der runterkommt oder irgendwas ist. Oh, was ist das denn? Zieh den Bauern über das Schachbrett, der gegnerische Bauern über das Schachbrett. Der gegnerische Bauer spiegelt deine Bewegung. Okay. Löse das Schachpuzzle, du beide Bauern zeitgleich auf ihr Ziel bringst. Türme werden sich den Bauern in den Weg stellen. Meide Läufer, sie vernichten die Bauern. Schachbusses müssen innerhalb des angezeigten Zuglimits gelöst werden. Okay, dann starten wir. Ja, ich bin drauf. Okay, also... Vor... Vor... Ah, okay. Ja, zurücksetzen. Ja. Erste nochmal machen. Ne, eins vor. Ja, komm, noch eins vor. Eins links. Noch eins vor. Easy. Ich hab da mal... Ich hab Schach gespielt. Und zwar nicht schlecht. Und deswegen ist es hier gar keine Herausforderung. Ja, sowas gab es nämlich als Übungsaufgaben. In Hausaufgaben. So Sätze in zwei Zügen Matte oder sowas. Das ist vollkommen einfach. Schweinsnase. Hab's hier gehört. Da oben. Da. Immer schön auf... Geräusche achten. Das hilft echt. Hier kann man nicht durch. Da ist aber eine Erinnerung. Das sehen wir von... Das sehen wir sofort. Das erschnüffeln wir. Da geht's irgendwo durch. Gut, dann denke ich mal. Können wir das bestimmt hier kap... Putthauen. Oder einfach dran vorbeilaufen. Ein verschlossenes Zimmer ist wie ein Käfig. Nicht viel mehr als ein Gefängnis. Ich verachte jede Art von Verbergen. Da müsste sie auf Nudismus stehen. Oder Exhibitionismus. Das war so klar. Das war auch so klar. Alter, der ist so mega schnell. Äh, ja, vollkommen logisch. Er ist, äh, gesprungen, bestimmt oder sowas, ne? Aber, tja, einfach so verschwunden, ne? Wie in dem falschen Jahrhundert geboren, Alice. Stell dir vor, ich als Madame de Vange, eifrig stricken, während verdienstvoller Häuptler von der Idiotilie noch wollen. Ach, das war noch ein Auge auf dich. Gin! Achso, ich dachte, du bist ja eine Schweinsnase von hier. Ich krieg mir jetzt ne neue Waffe. Neee. Neee. Okay. What the fuck? Wie soll mir den denn geben? Ah ja. Das war sogar ziemlich einfach. Guck mal. Bam. Faller, dich weg, ey. Bam. Erstmal unschädlich und dann geben wir den hier auf die Fresse. So, dann musst du hinter den kommen und den dann schlagen. Du musst dem nicht mal richtig sowas machen. Aber das ist natürlich praktisch, dass wir das gleich rausgefunden haben. Können wir dem nämlich kolossal auf die Fresse geben. Können wir nicht durch. Also bis jetzt finde ich das Setting mega geil. So wie es halt einfach aussieht. Ziemlich geil designt. Speichert, okay. Und das, würde ich sagen, ist ein wunderbarer Zeitpunkt um zu sagen. Bis zum nächsten Mal. Und da sind wir wieder. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ah, gleich mal kurz Rätselchen hier lösen. Wir wollen durch die Erinnerung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Na ja, ihr habt es schon gesehen. Alice, Madness Returns. Und, äh, pff. Ja, muss ich mir sagen, ne. Ich bin der Nico. Hallo. Wie ihr es immer noch wisst. Äh. Hallo? Aktiviert das Ding endlich. Was macht denn der? What? Was war das denn? Ja, da fang ich aber schon richtig gut an zu luben, ne. Hier ist nichts. Fängt schon mal gut an. Ich höre ne Schweinsnase. Schweinsnase. Schweinsnäschen. Schweinsnäschen. Wo bist du? Ach, das hast du schon genommen. Okay. Ja, dann, äh, müssen wir das hier wieder runter machen. So. Mist. Darf hier nicht draufstehen? Ich muss ja weggehen von da. Ah, ich hab hier noch ne... Schweinsnase gefunden. Gehört, grad eben. Und sofort eliminiert. Äh, äh. Blödes. Ich hab grad... Bin zu Brain AFK. Ernsthaft? Warte mal. Ich hab glaub ich da von hier aus... Da oben. So. Wie kommen wir da am besten hin? Oder kommen wir da überhaupt hin? Hm. Hm. Vielleicht, wenn wir hier das da machen, das ganz weit runter laufen lassen. Hier ist nämlich noch ein Pilzchen. Dann geht das mega weit hoch. Und von hier können wir da... Ah, wunderbar. Wunderbar gelaufen. Genau so wollten wir das. 3.640, ähm... Zeltchen. Andichtiger Gottesdienst. Schöne Musik. Geschlossene Särge. Obwohl es hieß, dass deine Schwester durchaus noch vorzeitbar war. Die Flammen haben sie nicht erreicht. Ah. Jaa. Schüsi. Meins. Alles mein... Käuf hier... Kim Kau. Wie viel Leben wir haben? Wir haben... Zwo. Zwölf. Zwölf. Zweimo Herzen. Oh, knapp. Huh. ja, wie wir einfach abgehen, hey können nix na komm, baller mal weg bam einmal die Waffe wechseln oh, so ein Fliegender toll direkt weg aua das hat wehgetan was mit dem auch weh tut aua aua mit dem ist noch nicht er hasse ich nämlich am meisten fliegenden Dreckspiecher ich dachte schon, ich könnte jetzt chillig da den fertig machen aber nein, der hält was aus geht's hier weiter oder? warte hier kam von da hier sehe ich was es ist so schön hell draußen deswegen erkenne ich nicht so viel das ist scheiße, ich von wo kamen wir denn? von wo kamen wir denn her? da geh ich nochmal hier zurück da geh ich nochmal hier zurück von hier sind wir gekommen ok das hast du so ne das haben wir erst danach gemerkt dass das hier voll unnütz war was wir gemacht haben uiuiuiui na komm, geh mal hoch tätigen wir unser Hebelchen guck mal was passiert sicher noch was anderes 100 pro da hat sich was aktiviert das war vorher nicht da hmhm haben wir gleich gesehen mit unseren Alice Adler Augen dass da noch das hier ist wunderbar ein Raterätsel Ding vom Style da für Rosenfarbe keine Zeit zu verlieren wir haben doch keine töte oder werde getötet ja, da freuen wir uns ja schonmal uiuiuiui weg 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 ok nicht einfach nicht einfach nicht einfach so, der ist weg uiuiuiuiui da haben wir oh das ist nervig nicht so viel so viele fiese Gegner einfach boah wir müssen die erst töten sonst geht das gar nicht boah scheiße, falsche Waffe genommen weg 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 und der da noch das ist zeigen wir mal was aiming ist da noch einer da hinten ist noch einer ah nicht einfach nicht einfach was sie uns für Sachen herstellen hinklatschen zu machen na komm jetzt machen wir mal hier wir an den Wicken hier na siehst du kannst einfach nix komm Alice nicht trödeln Du hast schon den Zug verpasst! Ja, okay, das ist mal drauf rum, ne? Gut, dann haben wir die erste Rosenfarbe, die erste, nächste Rosenfarbe wieder... ...gekriegt.